Wer sich, wie wir alle, häufig in entschlossenen Räumen aufhält, der weiß, den Nutzen von Tageslicht zu schätzen. Wir wollen mit unserer Firma die Welt etwas heller und lichter machen. Das Motto unseres hiesjährigen Messestandes ist Lichtblicke. Wir entwickeln Tageslicht-Elemente, die nach dem Motto Customized Intelligence dem Kunddienen-Artsprogramm zugestimmt sind auf die individuellen Kundenbedürfnisse oder die individuellen Gebäudesituationen. Wir schaffen eine optimale Verbindung von innen nach außen und unterlassen dabei auch den Architekten die Gestaltungsfreiheit. Die Messe Bau ist unsere Leitmesse, wo wir alle unsere wichtigen Kunden erreichen. Wir stellen hier die Bereiche aus, die wir bedienen, sowohl für den Wohnungsbau, als auch für den Verwaltungsbau, als auch für den Industriebau. Wir geben hier individuelle Lösungen an und insbesondere verbunden mit neuen Produkten, ganz neues dieses Jahr, unser Glaselement. Unser rundes Glaselement, das eine sehr hohe Energieeffizienz hat, eine sehr gute Gestaltfähigkeit, aber gleichzeitig auch vom Design her dem Architekten hier vieles Neues und viele neue Akzente bietet. Wir sind ein Familienunternehmen mit über 100-jähriger Tradition. Uns ist aber in diesen 100 Jahren immer gelungen, die Tradition mit der Moderne zu verbinden. Wir haben eine sehr wertebasierte Unternehmensphilosophie, was uns auszeigt, was wir wollen. Lame Lux will begeistern. Wir wollen einen Dreiklang der Begeisterung. Wir wollen den Kunden begeistern. Wir wollen unsere Mitarbeiter begeistern. Und mit diesen dann zusammen begeistern und Lösungen schaffen, die sich dann in unseren Produkten dann auch widerspiegeln. Ja, wir bauen auf auf einem sehr guten Jahr 2016. Auf überhaupt einigen sehr starken, wachstumsstärken Jahren. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben hier auch viele Gespräche führen können mit unseren Kunden, die das auch bestätigen. Gerade auch was neue Produkte anbelangt, auch was die Digitalisierung anbelangt, haben wir uns da sehr viel weiter bewegt, sodass wir sehr optimistisch in 2017, aber auch in die weitere Zukunft sehen. Vielen Dank.